Wir probieren Essen aus aller Welt. Heute waren wir in einem indischen Restaurant. Und wisst ihr, was das hier am Eingang ist? Freunde, wir haben jetzt hier die Karte. Und wir schauen jetzt, was wir uns so schönes bestellen. Wir haben ja perfekt indische Getränke. Und ich habe jetzt ein Mango-Lassi genommen. Ich habe mich jetzt für das Chicken Broccoli entschieden. Wir probieren das jetzt ganz genüsslich. Das schmeckt richtig lecker. So nach Mango-Joghurt. 10 von 10. Wart ihr schon mal indisch essen? Wenn ja, wie findet ihr so indisches Essen? Das Essen ist angekommen. Hier haben wir einmal das Chicken mit Broccoli. Hier ist dieses Nannbrot mit Käse. Und dazu der Reis. Taste test. Cheers. Schmeckt echt sehr, sehr gut. Ich würde 8 von 10 Punkten geben. Leute, ich habe jetzt tatsächlich noch was bestellt. Aber das seht ihr jetzt in meiner Story. B Episode 1 Grüß. 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 Kommje.